Willkommen zum Cubase AI und LE Tutorial. Mein Name ist Holger Steinbrink vom Steinberg Training Center Audio Workshop. Und in diesem Video zeige ich, wie man ein echtes Instrument, in dem Fall einen Bass aufnimmt und den auch noch bearbeitet. Wir haben ja kennengelernt, dass wir mit einem virtuellen Instrument in dem Fall Drums aufnehmen können. Nochmal gerade reinhören hier, indem ich hier auf Play drücke oder alternativ die Leertaste. So, das möchte ich jetzt als rhythmische Referenz haben, um eine Audioaufnahme zu machen. Zunächst mal verlängere ich diesen Part mal. Ich muss den jetzt nicht noch mal einspielen. Wir haben jetzt vier Takte. Ich fasse den einfach hier mit der Maus rechts an. Dann wird meine Maus zu so einem kleinen Handsymbol und ziehe das jetzt einfach mal in die Länge und lege damit, wenn man so will, Kopien an. So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte jetzt im Prinzip Instrumente von außerhalb aufnehmen. Wir erinnern uns, ich habe an den Audioeingang meines Interfaces ein Mikrofon angeschlossen und im Prinzip einen Bass. Und das muss ich Cubase noch mitteilen. Das ist zwar im Prinzip von mir aus ersichtlich, aber Cubase weiß das noch nicht. Das mache ich im Menü Studio in den sogenannten Audioverbindungen. Da gehe ich rein. Das ist ein neues Fenster. Da kann ich die Eingänge und die Ausgänge anlegen. Die Ausgänge sind von Cubase schon richtig zugeordnet worden, aber die Eingänge noch nicht. Cubase schlägt mir vor, ich möchte gerne ein Stereo-Signal an Eingang 1 und 2 aufnehmen. Das ist aber nicht so. Ich möchte ja kein Stereo-Signal aufnehmen, sondern ich habe an Eingang 1, wie gesagt, mein Mikrofon und an Eingang Nummer 2 meinen Bass. Das teile ich Cubase mal mit, indem ich auf Bus hinzufügen gehe. Und zwar möchte ich gerne zwei Mono-Busse nehmen. Auch hier nochmal ganz wichtig zum Verständnis. Mono bedeutet in dem Fall, ich habe ein Instrument mit einem Ausgang, das ich auf eine Mono-Spur aufnehme. Das ist kein Stereo-Signal. Der Bass liefert ein Mono-Signal und mein Mikrofon liefert auch ein Mono-Signal. So, ich nehme mal zwei von diesen Bussen hier. Mono in und Mono in 2. Ganz wichtig, direkt benennen. Den ersten benenne ich mal, indem ich hier drauf Doppelklicke, Mikrofon und den zweiten mit Doppelklick Bass. Das ist immer ganz wichtig, Cubase alles zu benennen. So, und jetzt schlägt mir Cubase die Eingangsports vor meines Interfaces. UR22 Input 1, für das Mikrofon stimmt das, aber für den Bass stimmt das nicht. Der Bass hängt an Input 2. Deshalb klicke ich hier drauf auf die Liste und kann hier Input 2 auswählen. Wie viele Eingänge hier zur Verfügung stehen, hängt natürlich von dem verwendeten Interface ab und wie der ASIO-Treiber programmiert ist. Diesen Stereo-Eingang hier oben, den brauche ich rein theoretisch nicht mehr. Deshalb klicke ich hier mit der rechten Maustaste drauf und sage Bus Stereo In entfernen. Das verwirrt mich nur. Also jetzt habe ich mein Mikrofon und mein Bass hier und das war es auch schon. Mehr muss ich hier nicht einrichten. Jetzt weiß Cubase Bescheid. So, was ich jetzt brauche im Gegensatz zu meiner Instrumentenspur, wo ja die Drums drauf sind. Durch Anklicken des Plus Tasters füge ich eine Audiospur hinzu, auf die ich aufnehme. Und zwar eine Monospur, das ist ganz wichtig. Und diese Spur nenne ich Bass, weil ich den Bass aufnehmen möchte. So, jetzt mache ich mal Spur hinzufügen. Jetzt ist hier diese Spur entstanden und jetzt möchte ich gerne einen Test machen, ob mein Signal überhaupt reinkommt und ob ich das überhaupt höre. Das ist natürlich auch ganz wichtig, um zu beurteilen, wie klingt mein Instrument, wie klingt mein Mikrofon. Und zwar mache ich jetzt folgendes. Ich möchte jetzt erstmal das Signal, was reinkommt, aussteuern. Dazu habe ich in Cubase eine schöne Anzeige. Die befindet sich in der Mix-Konsole. Wir wissen ja, die Mix-Konsole kann ich durch einen Klick hier oben auf diese drei Taster und zwar auf den mittleren hier unten aufrufen. Sie sieht jetzt etwas voller aus und zwar zeigt sie mir auch diese beiden Eingangsbusse an mit den roten Reglern. Unten steht Mikrofon und Bass. Das, was wir eben eingegeben haben. Und wenn ich jetzt mal Folgendes mache, ich habe jetzt meinen Bass neben mir stehen und drehe den mal auf und zupfe mal einfach an der Seite, dann sieht man, hier kommt ein Ausschlag rein. Bei dem Mikrofon, das auch neben mir steht, müsste man ja auch einen Ausschlag sehen, weil ich hier am Sprechen bin. Das tut es aber nicht, weil mein Mikrofon eine Phantomspeisung, also eine Spannungsversorgung braucht, die ich an meinem Interface jetzt gerade mal einschalte. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt sieht man, auch hier kommt das Signal rein. Und der Bass, da der neben mir steht und die Saiten schwingen, sieht man das Signal natürlich auch. Also das ist ganz wichtig, dass man hier das Signal erstmal überhaupt vom Input her sieht. Und jetzt möchte ich das Signal natürlich auch mal ganz kurz hören. Und zwar ist es ganz wichtig, ich bin jetzt hier in der Spur, die ich mit Bass benannt habe. Achtung, der Inspektor hier an der Seite zeigt mir ja Spureigenschaften an. Und Cubase hat mir jetzt, da ich eine Monospur angelegt habe, den ersten verfügbaren Monoeingang genommen, nämlich das Mikrofon. Wenn ich jetzt aufnehmen würde, würde das Mikrofonsignal aufgenommen. Deshalb steht hier Mikrofon drin. Wir können hier mal gerade testen, wie das klingt, indem ich einfach mal diesen kleinen Monitorbutton einschalte. Achtung, an dieser Stelle, bevor man das macht, Lautstärke der Lautsprecher runterregeln, weil sonst könnte es zu einer Rückkopplung kommen. Das habe ich natürlich hier bei mir auch gemacht. Und jetzt machen wir das mal auf. Jetzt hört man zusätzlich durch Cubase meine eigene Stimme. Ich möchte aber natürlich nicht die Stimme aufnehmen. Deshalb schalte ich hier das nochmal kurz aus und gehe hier auf Mikrofon, klicke drauf und wähle hier aus der Liste den Bass aus, weil ich möchte ja den Bass auf diese Spur aufnehmen. Und das Mikrofon hier, da schalte ich die Phantomspeisung auch mal aus, weil das brauche ich im Moment nicht. Ich kann auch, wenn mich das Geflackere hier stört, diesen M-Taster drücken für Mute, um im Prinzip dafür zu sorgen, dass da jetzt gar kein Signal reinkommt, damit mich das nicht stört. Jetzt nehme ich mal hier den Bass in die Hand und versuche mal gleichzeitig hier, was zu spielen und was dazu zu erzählen. Und zwar spiele einfach mal eine Saite. Da sieht man, es kommt ein Ausschlag. Um die zu hören, auch hier muss ich das Monitor-Signal wieder anklicken. So, jetzt nochmal die Saite. Man sieht es aber eigentlich, wenn ich jetzt hier spiele. Oh, das hat rot aufgeleuchtet. Das Signal scheint viel zu laut in Cubase reinzukommen. Woran liegt das? Ganz einfach. An meinem Interface habe ich einen sogenannten Einpegelungs- oder Gain-Regler, den ich sowohl für das Mikrofon, wenn ich es nutze, als auch für den Bass entsprechend anpassen muss. Und zwar steht der Regler jetzt relativ weit auf. Ich drehe den mal ein bisschen weiter zu und wir testen jetzt nochmal das Signal. Kurz mal hier auf das rote geklickt, damit das zurückgesetzt wird. So, ein bisschen kann ich noch aufdrehen. So, wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt hier den Bass eigentlich in einer ganz guten Lautstärke. Es übersteuert nicht, aber es ist auch so, dass ich vielleicht noch ein bisschen Reserven habe, um aufzunehmen. Okay. Bass schwingt natürlich immer ein bisschen mit, wenn ich rede. Deshalb sieht man hier immer so eine kleine Anzeige. Und wenn ich jetzt was aufnehmen möchte, ich kann ja mal im Prinzip laufen lassen und gucken, was ich jetzt vielleicht gleich dazu spiele, indem ich einfach hier auf Start drücke. Wir hören ja dann hier oben meine Drumspur und wir hören die Bassspur, wenn ich was spiele. Also ganz normal so ein paar Achtelnoten oder sowas relativ simpel könnte ich einspielen. Das habe ich jetzt einfach mal ein bisschen ausprobiert. Was mir nicht gefällt an der Stelle, es ist mir ein bisschen zu schnell. Ich bin kein guter Bassist, im Gegenteil ein sehr lausiger. Deshalb gehe ich hier unten mal, wo 120 steht, das ist das Tempo in Beats per Minute, klicke mal doppelt drauf und setze mal das um ein bisschen runter, sagen wir mal 110. Was ganz wichtig ist, die MIDI-Daten passen sich automatisch diesen Tempo an. Das hören wir auch. Allerdings, Audio-Daten passen sich nicht an. Also man sollte Tempo-Änderungen nur machen, wenn man im Prinzip noch kein Audio-Signal aufgenommen hat, weil sonst wird es schwierig. So, und wenn ich jetzt aufnehmen möchte, habe ich jetzt den Song praktisch ganz zurückgespult. Ich schalte jetzt meinen Vorzähler und das Metronom wieder ein, beziehungsweise das Metronom brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja hier oben einen Rhythmus. Der Vorzähler ist an, das heißt mein Metronom zählt mir im Vorzähler vor und dann läuft der Song los und dann kann ich im Prinzip einfach mal anfangen und kann mal gucken, wie lange ich hier aufnehme. Vielleicht mache ich einfach mal nur acht Takte. Probieren wir es uns mal aus. Und zwar, ich drücke jetzt auf die Aufnahme und dann geht's los. So, jetzt ist hier meine Aufnahme gemacht worden. Ja, war ganz okay. Ich habe anscheinend die Zählzeiten ganz gut getroffen. Wenn ich das jetzt anhören möchte, ist es ganz wichtig, dass ich den Monitorschalter wieder ausmache. Ansonsten würden wir auf dieser Spur nichts hören. Wir können mal gerade das Ganze durchhören. Ja, das funktioniert ganz gut. Ich mache mal hier das Ganze ein bisschen kleiner und ziehe mal das hier so ein bisschen größer. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz zeigen, wie man hier so ein paar Dinge editieren kann. Zum Beispiel, was mir jetzt hier persönlich nicht gefällt, ich habe, wenn ich mal das gerne alleine hören möchte, ich schalte mal hier diese Spur auf stumm. Wir hören mal durch. Man hört hier diese Zwischengeräusche, das Slide der Saiten und ich habe jetzt auch keinen besonders hochwertigen E-Bass. Deshalb hört man da so ein bisschen das Übersprechen. Und ich zoome das mal ein bisschen auf und möchte mal so eine kleine Bearbeitung zeigen, indem ich hier oben diesen Raster-Button ausschalte, damit ich wirklich ganz fein bearbeiten kann. Dann rastet mein Bearbeitungswerkzeug nicht ein, suche mir die Schere aus und kann jetzt einfach mal hier und hier reinklicken, um einen Schnitt zu machen. Wechsel jetzt wieder auf das. Normale Mauswerkzeug, klicke das an und die Delete-Taste oder Entferntaste auf meiner Computertastatur. Jetzt habe ich hier was rausgeschnitten. Das können wir mal hören. Und wenn ich auf die Art und Weise das Ganze bearbeite, das kann ich mal gerade zeigen. Das geht nämlich noch einfacher. Die Schere und das Mauswerkzeug. Es gibt auch hier dieses Auswahlbereichswerkzeug. Wenn ich das anwähle, kann ich hier einfach einen Schnitt ziehen, drücke die Delete-Taste und lösche mir hier einfach bestimmte Abschnitte raus. So, so, so. Das habe ich jetzt erstmal nur nach Gefühl gemacht, nach Augenschein. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier hören wir natürlich ein bisschen beim Ausblenden. Da habe ich zu früh abgeschnitten. Deshalb kann ich das hier unten anfassen und wieder aufziehen. Das Schöne ist, ich mache mir in Cubis nichts kaputt. Und damit das nicht abrupt endet hier, kann ich das hier oben anfassen, an diesem kleinen Dreieck. und ziehe mir hier so eine Blende, also ein Fade-Out zu. Und schon klingt das Ganze. Das Ganze kann ich auch hier machen. Auch hier. Man sieht, das geht relativ schnell. Immer Stopp und Start. So. So, machen noch zu. So, ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen. Und was mir noch auffällt, diese Note hier, wenn ich mal höre. Die ist etwas leiser. Deshalb kann ich die hier anwählen, kann hier oben dieses kleine weiße Quadrat klicken und nach oben und unten ziehen, um dieses kleine Event hier lauter bzw. leiser zu machen. Und auf die Art und Weise kann ich im Prinzip dann, ja, jede Audioaufnahme bearbeiten, schneiden, auch verschieben, wenn ich möchte, also wirklich alles machen. Und am Ende möchte ich das Ganze noch einfärben, indem ich diese Spur hier, weil das Grau stört mich, einfach hier oben im Inspektor diesen kleinen schwarzen Pfeil klicke und den Bass mal eine schöne dunkle Farbe gebe, damit ich direkt sehe, was los ist und wobei dabei sind. Die Drums natürlich auch noch. Anwählen. Hier oben draufklicken. Und zum Beispiel gelb geben. Dann habe ich einen sehr schönen Kontrast und sehe direkt, wo ich bin. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, bitte den Steinberg YouTube-Channel abonnieren. Da gibt es sehr viele interessante Sachen zu sehen. Vielen Dank.